Knaue ich ohne Make-up, Alicia Kius setzt auf Einhorn-Mähne. Das Giel ist ein Viere. Alicia Kius, 36, hält bekanntlich nicht viel von bunter Gesichtsmalerei. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Noh ohne Sängerin als Graue Maus durchs Leben geht – sie scheint ihre Farben einfach lieber auf dem Kopf zu tragen, hier präsentiert Alicia ihre brandneue Einhorn-Mähne. Aktuelle Aufnahmen der 36-jährigen Sängerin zeigen sie in New York City. Die Ehefrau des Hip-Hop-Produzenten Switz Barts, 39, untenrum auf eine dunkle Jeans zurückgreift und auch ihre natürliche Schönheit hinter einer blickdichten Sonnenbrille versteckt, durchbricht die Frisur des Gesangstalents seinen Inkognito-Look allemal, das Haar-Chameleon überrascht mit pink-violett-Türkisen-Brites. Dabei passen die Unicorn-Brites nicht nur super zu Bordeaux-Blauer samt Jacke, sondern scheinen ebenso das Herz des Popstars zum Lodern zu bringen – das bunte Frisuren-Wunder strahlt bis über beiden Ohren. Das ist nicht das erste haarige Experiment mit Knallpotenzial, das die Zweifach-Mama auf ihrem Kopf spazieren führt, im September begeisterte der natürlich brünette Substar die Besucher des Rock in Rio Festivals mit einer feurigen Kopfkunst in pink-gelb. Welcher Look ist euer Favorit? Stimmt ab! Also bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Es gibt einemikaalotiki im Moment. Wer sie die Spazieren wie über den Schiff ausgehen? Und bis zum nächsten Mal. Ich bin mehr davon, ich bin noch einigerer, das kann man schlecht verdieren, was er die Spazieren. Ich bin aber oft. Ich bin ja. Vielen Dank.